Und du hast ja gesagt, das hat ja auch dann Auswirkungen auf das Immunsystem. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dann nach so einer Stressphase, zack, ist man irgendwie krank. Wie ist denn das? Wirkt sich das auch auf die Verdauung? Oder kann sich das auch auf den Verdauungstrakt auswirken? Ja, definitiv. Also der Verdauungstrakt, ich glaube, würde man schätzen, wenn wir jetzt so rausgehen und wenn wir so auf die Straße gehen und wir fragen 100 Menschen, das, was irgendwie fast jeder immer mal wieder hat, ist irgendwie so Verdauungspolüme. Klar, die meisten ernähren sich doch einfach vollkommen falsch, obwohl die meisten eigentlich wissen, was man nicht essen sollte, aber egal, anderes Thema. Ja, definitiv, weil ganz am Anfang, ich habe ja eben gesagt, irgendwann ist so, Cortisol wird nicht mehr so gut richtig produziert. Das ist erst in der Endphase der Fall. In der ersten Phase von Stress wird halt viel mehr produziert. Kann man sich auch ganz logisch und einfach erklären, dass Cortisol eines unserer, wie gesagt, Stresshormone ist, beziehungsweise das Stresshormon ist aber häufig falsch verstanden, weil die Menschen dann denken so, ja, das will ich nicht haben. Grundlegend ohne Cortisol wäre erst mal gar keiner von uns mehr hier, weil dann würde man nämlich nicht innerhalb von Sekunden auf eine bestimmte Situation reagieren können. Wie zum Beispiel, wenn, das ist jetzt immer ein blödes Beispiel, benutzt auch jeder immer dasselbe Beispiel, wenn irgend so ein komischer Tiger vor dir steht oder so und will dich auffressen. Hast ja nur drei Möglichkeiten. Fressen lassen lassen wir jetzt mal außen vor, weil das wäre halt suboptimal. Variante 2 und 3 wären Kämpfen oder Wegrennen. So, du kannst dem jetzt schlecht sagen, ruhig dich, warte, ich esse mal kurz eine Banane, dann habe ich Zucker, dann kann ich Energie produzieren und dann können wir kämpfen oder ich kann laufen. Und das kann halt Cortisol. Das macht innerhalb von Sekunden, wird das ausgeschüttet als Stresshormon und produziert dann, beziehungsweise sorgt dafür, dass über den Stoffwechsel Zucker wieder gewonnen wird aus deinen Reserven und dann kannst du damit klarkommen. Das passiert auf der einen Seite, dass die Reserven mobilisiert werden, auf der anderen Seite ist der Körper ja nicht dumm, sondern hat ja immer mehrere Strategiemöglichkeiten. Das heißt, aus der Muskulatur baut er den Zucker um, dann kommt plötzlich Zucker dabei raus, wir können ihn wieder verbrennen. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache irgendwas mit der Verdauung, weil wenn ich das auch mache, dann schaffe ich es ganz schnell, noch mehr Energie zu mobilisieren. Und zwar muss man sich den Darm so vorstellen, wie so eine Mauer um unseren Körper herum. Die meisten denken so, der Darm ist eigentlich im Körper drin. Ja, ist er natürlich auch, aber es ist eigentlich so eine Straße, die durch uns hindurch führt. Gehört eigentlich nicht zum Körperinneren, sondern trennt Körperinneres, also den Körper vom Körperäußeren, dem Speisebrei oder dem Stuhl, der sich dann halt im Darm befindet. Vielen Dank. Vielen Dank.